SC Unterabnitz gegen SC Bad Saarbrunn 2. Beide Mannschaften sind Aufsteiger, aber heute geht es um Platz 1 in der Tabelle. Aus Bad Saarbrunn kamen Fans, Trommler und Bürgermeister Gerhard Hutter angereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Aber auch der Unterabnitzer kam in Saarbrunn, um ihre Mannschaft anzufeuern, wie hier mit megalischen Feuern. Aber zurück zum Spiel. Nach dem Anpfiff begannen beide Mannschaften gleich stark. Die Zuseher sehen Chancen auf beiden Seiten mit leichten Vorteilen für die Gäste. Die Zuseher sehen Chancen auf beiden Seiten. Torchanze und Torchanze, aber kein Tor. Beide Mannschaften spielen immer aggressiver und immer mehr unnötige Fouls werden gemacht. Beide Mannschaftenleformationen In Minute 17 gibt der Schiedsrichter Freistoß für Obdarabnitz. Dieser wird mit dem Kopf abgewehrt, wie der Kopfball, der Ball springt zu Gorgo Töröck, der läuft, gibt Wert an Philipp Knotzer, der weiter zu Andreas Tanzler, der spielt den Ball wieder zu Töröck, der nicht zögern und schießt, zum 0 zu 1 für Bad Saarbrunn. Das alles in der 18. Spielminute. Das Tor scheint die Heimannschaft aufgeweckt zu haben. Sie spielen jetzt immer stärker und aggressiver. Mit dem Regen wurde das Spielfeld rutschiger. Jetzt heißt es für den Schiedsrichter gut aufpassen, faul oder einfach ausgerutscht. Die Unterraten zerträgen auf den Ausgleich, aber es bleibt vorerst nur bei einigen Möglichkeiten. bis zur 40. Minute fallen keine Tore mehr. Aber der Anteil der gegeben Karten steigt auf drei. Bis zum Spielende werden insgesamt neun Spielkarten verteilt. Nach längerer Zeit wieder eine Chance für Bad Saarbrunn. Die wird aber durch ein Foul verhindert und Herbert Vukovic holt sich ihre gelbe Karte wegen Kritik an der Schiedsrichterentscheidung ab. Der Schiedsrichterentscheidung beendete die erste Halbzeit mit einem Pausenstand von 0 zu 1. Die zweite Halbzeit beginnt dann wie die erste aufgehört hatte. Viele Chancen für Unterratnitz, wenig für Bad Saarbrunn. Mit so vielen Möglichkeiten sollte auch einmal ein Tor fallen. Und das passiert in der 48. Spielminute. Nach einem Endwurf zu Tod, der zu Vukovic weiterspielt, der schießt aber knapp daneben. Wieder erobert Tod den Ball, spielt weiter zu Frühstück, der schießt und der Balleinander zum 1 zu 1 im Tor. Nach diesem umstrittenen Foul gibt der Schiedsrichter Elfmeter für Unterratnitz. Ballers Schwiedeck tritt an und Unterratnitz geht in der 50. Minute zum ersten Mal in dieser Partie mit 2 zu 1 in Führung. Wirinig stagniert den Ball. Vielen Dank. Es scheint, dass nicht nur die Zuseher, sondern auch die Funktionäre und Reservespieler so stark emotional aufgeladen waren, dass sogar der Schiedsrichter eingreifen musste. Siebzigste Spielminute, ein Foul, noch ein Foul, Spieler gestoßen und für das dritte fragliche Foul gibt es gelb-rot. Lukas Kern muss das Spielfeld verlassen. Für die Saarbronne wird es jetzt mit zehn Mann auf dem rutschigen Spielfeld noch schwieriger, das Spiel zu drehen. Es scheint, dass sich die Saarbronne mit der Niederlage abgefunden haben. Besonders deutlich wird es hier, wo sie nicht einmal versuchen, das dritte Gegendor zu verhindern. Obwohl vier Minuten Nachspielzeit angezeigt wurde, beendet der Schiedsrichter nach dem 3 zu 1 das Spiel mit dem Endstand von 3 zu 1 für Unterabnitz gegen Bad Saarbronne 2.